Basen-Tipp 59. Mache heute mal etwas ganz bewusst für jemand anderen. Mach ihm eine Freude, eine Überraschung. Vielleicht einer deiner Liebsten, vielleicht auch jemand ganz Fremden. Und schau mal, wie schön das wirkt. Ohne etwas zurück zu erwarten. Oftmals haben wir Deals. Ich gebe dir das und will ich aber auch was von dir dafür haben. Wenn du das für mich machst, mache ich das für dich. Das sind aber Deals. Das ist nicht wirklich dieses herzoffene Geben. Und dieses herzoffene Geben, das öffnet wirklich unser Herz. Und das macht unser Fühlen und unser Denken basisch. Weil wir etwas Gutes gemacht haben, ohne an uns selbst zu denken. Wirklich für jemand anderen. Also mein Basen-Tipp für dich heute. Schau mal, wem du eine gute Überraschung machen kannst. Wem du erfreuen kannst. Und dann freu dich einfach an dessen Freude.